Herzlich willkommen bei unserem kleinen Platzkonzert, das wir aus wettertechnischen Gründen hier reinverlegt haben. Normalerweise stellen wir so einen Korb auf, Instrumentenkoffer, wo man dann was reintun kann, damit wir was saufen können. Blasen macht es unglaublich durstig. Aber heute, weil wir hier zu Gast sind, hier in diesem wunderschönen Museum und hier proben durften heute, heute sammeln wir für die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Applaus Musik 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 Musik